lädt noch ein kleines bisschen was habe ich denn hier dieser ließ Sinn der hat ja ohne Meise die Walking Dead waren einfach super ich habe gestern nicht so viele Folgen geguckt um ein bisschen mich auch zurückzuhalten sonst zu gefährlich und ja mal gucken ich bin jetzt Mastery im Jungle also definitiv gefährlich und dadurch erstmal ein Schlückchen trinken denke ich fange trotzdem damit an und damit ich konnte schon erstmal damit ein bisschen maximiert ich glaube das ist auch nicht schlecht heute kommt noch Halfstone also ich würde dann fast sogar schon danach Halfstone zocken ich lasse nochmal einmal Strop holen ein sehr knappes würde ich auf jeden Fall mal Halfstone spielen wollen es wird eh entspannend also ich habe heute keine Ankündigung oder so gemacht ich würde dann einfach nur zocken und dachte dann machst du den Stream auch an 70% ist zu viel das kann man immer gut gebrauchen und dann Wir können jetzt auch die hier töten. Aber ich mach erstmal Red Buff. Ich glaube, ich bleibe erstmal ohne das Meditieren. Oh, geht's aus. Get him. Oh, no. Oh, die Kette verfehlt. Oh, nee. Ich glaube, ich kann daraus auch nichts Sinnvolles bauen. Oh, ich probiere es trotzdem, dass ich einfach nur superfix bin. So. Oh. 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 Oh Gott. Oh. 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 dauert ein bisschen der ganze spaß wieder da ist aber Riven hat oben übel viel Schaden bekommen das ist doch Wahnsinn okay brauchen wir nicht hin blubuff ist wieder da ich gebe blubuff ab und dann schnappe ich mir die top lane die hat noch nicht mal den überhaupt platziert glaube ich sieht er mich? die focused mind kann pierce durch stone let us begin schade schau mal Redwulf, geh auf die bot lane wenn die ghosten sollten dann ist es natürlich super peinlich dann ist es einfach nur der epic peinlich was krass ist, der cleart einfach die anderen Viechter so schnell, das ist zu praktisch kann man überhaupt nichts machen so ich glaube schon mal danach trotzdem regelt es Laterne ich glaube das spielt zwar keiner mehr aber ich mache mal den Oldscore Yi das ist schade die 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 Ron? 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 Talk to Dudley and Kelly. Verrückt. Soll ich mal flallen? Ich werde dir den Weg zeigen. Hm. Ohne Mopsen. Das ist voll und wer. In mir, Wuju lebt. Oh shit. Oh shit. Das ist so schnell. Keinen Mana mehr gibt. Das Strike aus 700 Mana. Das ist ausgedacht. hat er hält nur 90 kunden das ist natürlich der grund warum es keiner holt die mir auch nicht holen die die I will show you the path. Okay. I will show you the path. Okay, I will show you the path. Oh, I will show you the path. I will not be able to go. Yes. In me, Wuchu lives on. Zack, 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 zack. Deezer, Master, yay. Kann auf jeden Fall tödlich gängen. Oh, der Zett, der wird jetzt unseren Spaß haben. Hm. 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 Das ist immer da. Ja. 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 Ähm. Ich hätte meinen W aktivieren müssen. Ich habe mich vielleicht überlegt. Vielleicht. Ich hätte gedacht, dass er mich ultiht. Habe ich glaube ich jetzt auch nicht überlebt oder was hat sie denn? Oh okay, das ist jetzt ein riesen Ding. Ich habe mich nicht überlebt. Die Fokus-Mind kann pierce durch die Steine. Okay. Quick! Master Yi! Quick! So unlangsame Tick-Spees da eigentlich. So. Master. Yeay. Ich weiß gar nicht, ob das Item-Bild jetzt okay ist. Ich gehe jetzt einfach so ein bisschen auf Attack-Speed. Das war's für heute. Scheiße, ich war eh ignited. Ich hätte... Ich hätte... Wollte mich live stealen. Das hat nicht ganz geklappt. Ihr Team hat eine Turret. Der Tarn ist völlig useless. Da gibt's gar keine Alternative. Das ist ja überhaupt kein Jungle-Item mehr sinnvoll. Da kann man echt mit Dorans starten. Weil... Das mit 100 Damage okay, aber... 30 Sekunden warten. Das ist ja nichts. Das ist ja nichts. 100 Mal nacken ist das Ding. Was? 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 Das ist ja nicht even close. Hehehe. Pfff... These are ye. Leibstie ist halt auch minimalistisch, ey. Moaning Blade of the Ruined King oder sowas. Schnell der ist, ey. Ja, na gut, dazu ist das Ding ganz gut. Und ohne Attack Speed geht man auch nicht mehr gut ab. Ja, na gut, dazu ist das Ding ganz gut ab. Ja, na gut. No. 2,000 Gold kostet das Ding. Ja, das W hätte ich drücken müssen. Aber ich glaube, selbst mit dem W hätte ich nicht überlebt. Das macht 55, ich hatte noch so wenig Leben. Da hätte 50% Reduzierung nichts gebracht. Und ich hatte keinen Mana mehr vor allen Dingen. Ich war um. Deswegen muss ich wieder Bluber holen. Ne, jetzt wird schon Bluber. Ja, das ist das Ding. WHAAAT? 1,500. T's are way. Ja, das ist alles genannt. Oh, shit. Das ist ein Nami. Schade, ja, das. Was ist das? Was ist das los? Die Todesboots, ich dachte schon. Kann ich schon mal sein. Ich? Do not let your pride blind you. Geht immer jemand rein. Geht immer jemand rein. Ich kann nicht rein. Ich muss jetzt vorsichtig sein. Ich weiß nicht. Schnell die Autotakes hier. Hm. Stimmt, ich habe vorhin einen Trap gesehen und war mir echt nicht sicher. Was ist das? Ja, mir beide. Ja. 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 Lachen. Geht immer aus. Achtung! Das war's für heute. Ich verstehe nicht, dass mich der Traur weniger mag. Have a strike. Zooms. He's a Master Yi. 3.000 Gold, ey. So, Infinity Age incoming. Kann ich es mir überhaupt leisten? So, jetzt brauchen wir noch ein anderes Item. Das ist eigentlich was nice. Sie haben mehr Damage. Kann man nicht. Kann man nicht nein sagen. Do not let your pride blind you. The focused mind can pierce through stone. Silver Strike, ey. Das ist ausgedacht. Let us begin. Last hit in for Tummies. Master Yi. I mean, Uchu lives on us. Das ist Schrader. I will show you the path. I'm going to go for the first. Ich bin ein Schrader. Ich bin ein Schrader. Ich bin ein Schrader. Oh, es ist ja unengaged. Ich habe ihn in der Lose. Ich habe ihn in der Lose. Ich habe ihn in der Lose. Hm. Ich will ihn nicht. Let us beginn. Was ist jetzt tief? Was macht die da? Die ist einfach da. Macht ein Schen eigentlich. Ahem. Red buff. Nice. Oh. Ahem. Ahem. Red buff. Nice. Ahem. One, two, three, come on. Why are you missing this here? Not sure. Nein, weil es hier uns safe ist. Hm, hm. Kann ich nicht rein. Ja, gerade dass ich gar keinen Lifestyle jetzt habe. Den Lifestyle bin ich ja komplett aufgeschmissen. Ich mache mindestens erstmal das Ding hier. Übergang. Weißt du was? Guck mal, das hier als Übergang. Es ist jetzt dumm das zu verkaufen, aber... 850. Der Lifestyle-Faktor ist übelst wichtig. Ja, ich kann mich nur sonst... ...und bin ich nur 2 Sekunden tot. Dann kann ich mir dann einen Blutduster holen und dann geht das. Blutduster ist wirklich wichtig. Ja, aber ich bin nur 1 Sekunden tot. Ja, aber ich bin nur 3 Sekunden tot. Ich bin nur 4 Sekunden, also 4 Sekunden. Ich bin nur 3 Sekunden tot. ... und dann bin ich nur 3 Sekunden total. Oh, meine Hände, meine Hände, meine Hände, meine Hände. So kalt. Die stecke ich ja noch ein bisschen. I need more damage. Do not let your pride blind you. A true master is an eternal student. Das ist die Lava. Oh, das ist die Lava. Oh, das ist die Lava. Oh, das ist die Lava. Einmal Johto, die Zertagung schützt mich ja. Rechnen noch keiner. Ich kann das doch überhaupt nicht abschätzen. Ich weiß nicht, wie schaden immer. Haha, nice. Das war gut auf Plan. Ich kann das nicht abschätzen. Oh meine Hände, meine Hände, interfrieren, cool, genau, wir machen folgendes, wir machen kurz Pause und dann gehst du doch auf Strawpo Todesabfrage.